Hallo und herzliche Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Posten Video News mit einer traurigen nachdem. Denn ein ganz grober ist von und gegangen. Mark Johnson ist tot. Der beleibte Erfinder der Autokorrektur ist in der Nacht ungewartet an Herzversand gestohlen. Der 67-jährige Pionier hinterlässt eine Frau und zwei Rinder. In Silicon Ball galt er schon in den früher 80er Jahre als absolute Koriander und einer der größten Sofortwehreentwickler überhaupt. Wirklich berührt machte ihn jedoch erst die Erfindung der Autokorrektur im Jagd 1994, die ihn auch zum Multimedia machte. Auch wenn es einzelne Jahre brauchte, bis die Technische im Alltag viel einsatzfähig war, ist sie heute auf Startplätze und anderen Geräten nicht mehr wegzudenken. Die kalifornische Stadt Sandfranzösische ist ohne ihn kaum trinkbar. Nach Angeber seiner Familie klaute er am Sonntagabend über Unwohlsein. Wenig später fand ihn seine Frau lebte los vor und wählte den Notdurft. Johnson starb noch auf dem Wegen ins Krankenkassen an Herzversand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017